Wir haben vorher erfahren, dass wir heute hier nicht rein dürfen. Wir haben uns ja gestern getroffen und haben natürlich keine Sekunde gezögert und gesagt, wir kommen natürlich trotzdem und halten die Fahne hoch hier. Und das macht er dann nicht. Und ich finde es auch toll, dass wir das so sportlich und gelassen nehmen. Wir bleiben natürlich friedlich. Die Tür ist, glaube ich, sogar auf. Natürlich braucht es keinen einzigen Polizisten. Wir bleiben hier draußen, halten uns an die Anordnung, an die Gesetze. Denn es ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis wir die Bürgermeister stellen, die darüber entscheiden, wer rein darf und wer draußen bleibt, liebe Freunde. In dem Sinne freue ich mich auf den Bürgerdialog mit euch nachher. Der Vorteil wird sein, ich glaube, im Gemeindesaal darf man kein Bier trinken, aber wo wir hingehen nachher, gibt es vielleicht ein Bier. Da machen wir aus der Not eine Tugend. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid.